Über 125.000 Österreicherinnen und Österreicher sammelten im Zeitraum von neun Jahren Auslandserfahrungen, dank des EU-Bildungsprogramms. Seit 2014 heißt es Erasmus+. Anlässlich der heurigen Verleihung des Erasmus-Plus-Awards wird auch Bilanz gezogen über diese Initiative der Europäischen Kommission, die alleine in den Jahren 2014 bis 2020 14,7 Milliarden Euro für ein offenes und gemeinsames Europa zur Verfügung stellt. Ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer können unglaublich viel profitieren, wenn sie beispielsweise Richtung Finnland gehen oder Richtung Südtirol gehen oder Richtung Hamburg gehen, einfach weil hier Unterrichtsmethoden auch schon implementiert sind in diesen Ländern, die wir anstreben, bei uns ins Leben zu bekommen. Mobilitätsprogramme spielen eine ganz, ganz große Rolle für junge Menschen, weil sie ihnen die Chance geben, über den Tellerrand des eigenen, der bisherigen Erfahrungen hinaus zu blicken, neue Erfahrungen zu sammeln, sowohl in fachlicher Hinsicht, in sprachlicher Hinsicht, aber auch in kultureller Hinsicht, was vielleicht sogar das Wichtigste ist. Erasmus-Plus finanziert europaweit Praktika für Lehrlinge und Studierende, sowie Studien- und Fortbildungskurse für Lernende und Lehrende. Über 400 Projekte werden jährlich genehmigt. Ein besonderer Erfolg der österreichischen Nationalagentur Erasmus-Plus. Wir holen 100 Prozent der EU-Mittel in Österreich ab mit dem Programm. Das ist außergewöhnlich. Ich traue mich aber auch zu sagen, wir haben eine außergewöhnliche Bildungslandschaft, die sehr europainteressiert ist. Jedes Jahr zeichnet die Nationalagentur Erasmus-Plus jeweils ein Projekt aus den Bereichen Schulbildung, Berufsbildung, Erwachsenenbildung und Hochschulbildung aus. Die Volksschule Rötzergasse in Wien-Herr-Nals wurde von einer internationalen Jury für ihr Projekt Language Connects prämiert. Liegt doch der Anteil an Kindern mit anderen Erstsprachen als Deutsch in Wien bei 55 Prozent. Das ganze Team arbeitet einfach perfekt zusammen. Wir sind sehr eingespielt. Und es ist einfach toll, die Erfahrungen zusammen international zusammenzuarbeiten mit anderen Schulen. Es profitiert eigentlich der gesamte Lehrkörper davon, von den Erfahrungen. Preiswürdig auch die Mobilitätsrate von 50 Prozent an der FH Fuadlberg. Österreichweit liegt der Anteil an Studierenden mit Auslandsaufenthalten bei 20 Prozent. Das ist ein Erfolgsgeheimnis. Da gibt es kein Erfolgsgeheimnis. Prinzipiell ist es erforderlich, dass man einen guten Bericht schreibt und all das auch dokumentiert, was man tut. Und wenn man gute Qualität macht, was ich glaube, was wir schon seit Jahrzehnten auch tun, ist das dann das Ergebnis. Erasmus Plus unterstützt neben Erwachsenen und Schülern auch Lehrlinge. Ihre Auslandserlebnisse schrieben sie in Form von Blogs als Tagebuch nieder. Prämiert werden die neun aktivsten Bloggerinnen und Blogger dieses Tagebuchwettbewerbs. Mein Lehrpersonal hat mich davon informiert, dass es Erasmus Plus Förderung gibt und habe es genutzt. Es hat sich sehr ausgezahlt, nicht nur mit dem Tagebuch, sondern generell. Die Förderung hat einigen geholfen und wir sind alle dankbar, dass die Europäische Kommission für uns gefördert hat. Geehrt werden auch Programmbotschafterinnen und Botschafter. Overgem Agaidjan ist einer von ihnen. Er setzt sich seit 30 Jahren für die Erwachsenenbildung von Migrantinnen und Migranten ein. Für uns war es wichtig, vor allem für junge Menschen Vorbilder zu sein, dass man ihnen zeigen kann, wohl, das ist schon möglich und wir schaffen das auch als Migranten und Migrantinnen. Wir können die Institution auch leiten, nicht nur Kebabstände. Und dass es eigentlich möglich ist, das mussten wir eigentlich schon nachweisen und beweisen können. Bildung bewegt auch 2017 und das europäische Erasmus Plus Budget wird um weitere 300 Millionen Euro aufgestockt. Schon läuft der Aufruf, neue Projekte einzureichen. Infos finden Sie auf www.bildung-erasmus-plus.at